Wieder zu viel gedrucken von der Odeheim, David. Das ist so schön, eh. Es sieht nach einer Panne aus, eine Panne, wie der Franzose sagt. So, Erwin steigt aus seiner Kiste aus. Oje, was ist los? Alles gut? Er hat irgendwas, was ihm helfen könnte? Da kommt der gelbe Engel eingefallen. Oh, der gelbe Engel, hier ist die Werbe. Isabel, der gelbe Engel. Oh, so einen Engel bräuchten die anderen Truppen auch. Da werden sie auch schnell ruten. Kann der gelbe Engel helfen? Oh, es gibt, es gibt, was ist das, Zauberstelle? Oh, das ist ein Renault-Zauberstab. Ich sehe das von hier. Das ist falsch. Was ist das? Peugeot? Peugeot-Zauberstab hilft auch nichts. Wir brauchen einen Citroën-Zauberstabel, möglicherweise. Ah! C'est bon, dies funktioniert hoffentlich wieder. Applaus für gelbe Engel! Und jetzt dürfte die Kiste wieder funktionieren. Jawohl, riesen Applaus! R.W., der Träger, der Golf-Medaille und die gelbe Engel, Isabel, sind unterwegs. Die Zeit.